Ich schwöre Leute, der Drink hier ist zu heftig. Wir brauchen ein paar grüne Skittles, dann Sprit und dann lösen sich die Skittles hier auf. Jetzt brauchen wir Eiswürfel im Glas und mehr Sprit. Ungefähr bis zur Hälfte voll machen, einmal umrühren und als nächstes brauchen wir blaues Powerade. Schon habt ihr euren Drink. Warte, warte, ist noch nicht fertig.